Warst du nicht in der Kirche, Olga? Dir geht es noch schlecht? Ich habe nichts Schlechtes tun, Olga. Aus dem Weg. Dies Kind ihrer befleckten Empfängnis, ist es ihnen ein Gegenstand der Liebe oder des Abfängnisses? In der Liebe muss ein Mann kalt sein. Das muss sie sich richten. Du kennst mich nicht! Nochmal. Werter? Sie blamieren mich. Reicht auf! Reicht auf! Reicht auf! Reicht auf! Reicht auf! Vielleicht hat sie kein Unterrohr! Sie sind ein Hochstapler, der nur ein Trinkgeld gezahlt hat. Sie erinnern sich wohl nicht so, ja? Möchtest du dich nicht vor dem, was du dich unterstehst? Sie sind nur eine von vielen. Ich bin bekehrt. Ohne die geistige Gehörntheit, wie stünde ich denn da? Wir sind ein Lüt! Wir kommen alle, 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 alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind, das sieht selbst der Petrus ein. Ich bin ein Lüt! Ich bin ein Lüt! Er weiß, nein, alle in die geistige Gehörnste. Untertitelung des ZDF, 2020